wieder mittel ich gebe es hoch ich wollte schon wieder hat ein achtsicht aufsetzen gemacht ich gehe wieder ein ablenkersten starten ich gehe mit schalldämpfer und viererskop guys move 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 faster faster hyper hyper kein kontakt mitte verdeckt bin verdeckt drin also über die linke flanke nicht die links er bewegen uns in zwei zum panzer down drei weitere daumen links so es war ein böser start wo es wäre ich bin auf dem gebäude mitte 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 rechts vom panzer zwischenstraße die pz ist immer noch einer bin ich mir sicher sie von oben nichts da kommt einer links linkes gebäude ist doch noch einer dort ist dann nicht ein hoffen davon tpz 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 bewegung geht zur straße haben wir so besser bewegung nach links links einer hat mich doch gerade verbindungsprobleme tpz straße rechte kasse rechte seite bewegung tpz immer noch tpz truppenpanzer genau vorne weiß ich weiß ich alter wieso war der kurva jibana pizda beschuss von rechts glaube ich aber ein linkes gebäude und down rechts an der ambulanz war einer kann sein dass wir jetzt von rechts versuchen weil es von links nicht geht noch mal gleich mal auf zweier wechseln wenn ich sterbe noch mal gleich mal auf zweier wechseln wenn ich sterbe rechts rechtes gebäude oben drauf ich habe es gesehen habe es gesehen ok zweimal drauf zwei stück lade ja zwei stück bisschen höher ey das kann nicht sein ich bin drauf peter ganze zeit ja aber du musst bisschen höher zielen muss ich gar nicht siehst du hat es geklappt aber der andere hat nicht mitgenommen einer da ja einer noch da wahrscheinlich drin ja im aufgang peter sind 150 m brauche ich nicht höher halten glaubt mir doch nicht du unten ist einer vergisst den seitenwind noch aufwind runterwind nein die kugeln sind unten angekommen unten drin besser ist runtergegangen ja der ist unten wo am link oder drin nein nein im gebäude unten ich gehe komplett auf dem flügel hoch ja ich bin leer nur noch pistole der ist ganz hinten rechts an der ecke die rückrunde habe ich nicht sauber ich habe aber sonst noch mal Verbindungsprobleme so die rückrunde lasse ich jetzt aus ja dann schönen tag ja habe ich das